Wir haben zwei Mogamis, fahrende Zitadellen, super. All forces, capture that area. Okay. Ich bin jetzt erstmal auf K hier. Und reingeladen hat, aber ist an der ganzen Sicht gedreht. Das ist annehmbar, nach einer Minute. Ich bin jetzt fast schon. Übrigens war das mit dem Ton da. Ich habe mir übrigens PTA erstmal runtergeladen. Da musst du auch schon drinnen. Ich bin tausend auf der Krabber. Also mein Hydro läuft. Ich meinte auch eher die Monitor. Der ist irgendwo vor mir hinter der Insel. Alter, was ist denn das für eine Banane, ey? Alter, was da alles kommt. Ja, ich weiß nicht. Ah, okay. Der Smoked, das. Da ist die Benson. Ich kann jetzt eigentlich nur weglaufen gerade. Ne. Ich würde hier nicht weglaufen. Lassen wir mal hier ein bisschen. Hier, ich habe. Komm mal hierher. Kannst du mitten in der Smoke von der Monitor? Ne, weil ich schon zu weit vor euch war. Ich bin ja vor euch in den Cap gefahren. Oder an dem Cap vorbei, besser gesagt. Ich bin im Teil wahrscheinlich das einzige von denen, was irgendwie sichtbar ist. Vielleicht kann ich in der Mitte aber bei B helfen, die Dawn Square wegzumachen. Dann kann ich nicht, weil unsere Benson nichts sieht. Dann kann ich nicht, weil unsere Benson nichts sieht. Ich bin auf den Weg wiedergeplast. Ich bin Zeit, ich bin auf der Kommarte direkt zurückgebekommen. Das ist immer noch irgendwas im Cap dran, ne? Ja, ja. Ich gehe da hier jetzt auch aggressiv vor mir, ist das jetzt relativ hoch, um sich zu gehen. Ich komme jetzt auch wieder im B auf jeden Fall sicher. Ach, hätte ich das mal gewusst, dass die AE schießt, hätte ich gar keinen versucht aus. Ja, ich weiß nicht, nächstes Mal schaue ich für die Snow-Stacks. Hydro ist ab, aber ich habe kein gutes mehr halt. Okay. 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 Gearing smoke tisch. Ja, in der. da oben ist völlig oblivious ja schießt du mal auf dich jetzt hat er sich der gedreht ich sehe nichts mehr hinter uns kommt die busmark flieger hoch die benzen ist tot ne? ja aber die kaba lebt tot noch kaba hat mich gerade getropt also von daher wir können erstmal keine weitere hilfe erwarten naja die sind alle im b da ist die kaba wieder 800 wird wahrscheinlich getropt haben dann darf ich jetzt hier raus fahren ich muss mich jetzt hier auch mal bepissen dass das jetzt ins tier ist nix da ist die kaba ach scheiße da ist die sau vor allen dingen auch kufis ist fast down ja da sind die kaba tops ja ich bin schon raus siehst du hm ich hab jetzt halt die sau neben mir alter schon wieder ein feuer fick dich doch du kaba könnte halt versuchen mich zu toppen gucken achso die bismar schießt einfach auf ja ja das hab sie vorhin schon mit ein sauber ist nicht unverwundbar du hast dich da würde gebietscht du hast dich just a matter of time so gut ich hab noch nie in meinem leben das sah drei zitadellen reingedrückt ich war auch ein bisschen nervös jetzt hab ich mein ganzes spiel verteilt aber trotzdem so bismar schießt immer noch weiter hey ich zeig ihm breitseite hier für mich find ich super dass er seine brände repariert dann kann er jetzt in die gearing tops fahren der kriegt jedes mal ein 13k salve von mir interessiert ihn aber einfach nicht ja ich hab 40k gemacht das ist aber nicht so gut 110 aber könnte man noch irgendwas von uns schnell da umgehen ich ja du oder so reicht nicht mehr shit ich komplimente mal dir gearing mhm ja das hab ich gut gemacht ich hab noch Halsschmerzen hab ja ich hoffe echt ich bin morgens nicht krank ich hab kein Bock ey mhm das stimmt nicht absolut nicht gebrauchen 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 Vielen Dank.